Die Lage ist ernst. Mittlerweile sind wir an einem Punkt, an dem wir eine Lösung brauchen. Wie wertlos Wildpferde in vielen Ländern behandelt werden, das tut mir einfach nur weh. Wir haben schon zu viel beeinflusst in der Natur, in der die Pferde gelebt haben, dass wir das jetzt zurücknehmen könnten. Die Pferde haben eine Chance verdient. Ich weiß, dass ich sie nicht alle retten kann. Man sollte nichts als selbstverständlich ansehen. Ich stehe aktuell vor dem bisher größten Abenteuer meines Lebens. Das ist Musternliebe. Genau hier. Das Charisma von so einem Wildpferd kann man mit keinem anderen Pferd vergleichen. Unglaublich, wie viel uns die Pferde schenken. Ich kann mir das gar nicht mehr ohne sie vorstellen. Das sind Momente, die werde ich nie vergessen. Nie. Die Magie der Wildpferde zeigt uns, was es heißt, wirklich verbunden mit allem zu sein. Die Magie der Wildpferde Die Magie der Wildpferde Die Magie der Wildpferde Die Magie der Wildpferde